so hallo meine lieben da bin ich wieder so heute werden wir mal was ganz anderes machen und zwar machen wir und testen wir heute mal die nail art bögen von linies oder nail art übungsbögen sind das von linies nail shop ich habe da schon welche von die waren hier bei der wedding box jetzt bei und daher hochzeit nägel machen will habe ich mir jetzt mal gedacht das ist mal was anderes und zwar werde ich euch einmal den umgang damit zeigen falls ihr die noch nicht kennen solltet hier kann man nämlich malerei drauf üben und man kann es immer wieder benutzen ich habe auch noch andere da die hat sie auch in ihrem shop gerade ein hingelegt da habe ich die im moment moment die zeige ich da müsst ihr jetzt mal kein moment geduld haben ich habe nämlich umgeräumt und immer wenn man umgeräumt hat und weiß man nicht mehr wo man es hingelegt kennt ihr das auch man sollte nicht so viel aufräumen so die will ich euch aber jetzt trotzdem einmal zeigen deswegen hier sind schon mal andere kann euch die einmal zeigen für die dies noch nicht kennen ich weiß dass die viele schon haben und die gibt es sicher auch glaube ich teilweise in anderen shops ich habe sie allerdings jetzt so noch nicht gesehen das heißt wenn man malerei üben will ich mache noch mal ein bisschen mehr licht an wenn man malerei üben will sind die natürlich echt dafür geeignet und zwar fängt man ganz einfach an ich zeige es euch mal so sehen die praktisch aus hier ist praktisch dann einmal vorgezeichnet hier kann man praktisch anfangen ganz einfache linien praktisch zu malen zum beispiel mit schwarz einmal in die richtung einmal in die richtung und dann kann man sich da praktisch steigern hier hinten hat man dann noch mal eine freie schreiblinie oder mal linie wo man das dann selber noch mal machen kann man kann es praktisch immer wieder verwenden ich zeige euch das gleich noch mal die sind immer beidseitig bedruckt das heißt es wird immer von mal zu mal auch ein bisschen schwieriger falls ihr das sehen könnt ich habe da natürlich schon drauf geübt und das natürlich auch wieder weg gemacht die haben eine ganz spezielle beschichtung das ist praktisch noch einer davon da wird es natürlich dann nachher wie es ihr an den vorgemalten motiven hier schon sehen könnt wird es immer praktisch von mal zu mal ein bisschen schwieriger aber je öfter man das übt die besser gerade für diejenigen die praktisch nicht so malen können hier ist praktisch auch noch mal praktisch wenn für den ganzen nagel auch dieses rosendesign ist praktisch mit dabei und auf der anderen seite hier noch mal kann man eigene kreativität walten lassen hier unten auch noch mal eigene motive erstellen ja und das ist wie gesagt die hatte ich jetzt schon und die sind praktisch jetzt bei dieser wedding box waren die jetzt praktisch dabei ich weiß gar nicht ob die im moment noch verfügbar ist ich hatte sie mir bestellt weil ich ja im moment auch noch rotsalznägel wie gesagt machen will die anderen videos waren ja von der einstellung her nicht so gut deswegen habe ich gesagt ich mache das wieder gut und deswegen habe ich gedacht wir verbinden das heute mal miteinander so ich werde euch das mal hier an der einfachen variante praktisch zeigen die packe ich mal weg hier wenn ihr da interesse dran habt oder was weiß ich geht mal in linys nail shop schaut da bitte nach da findet ihr die je nachdem ob sie noch verfügbar sind oder nicht damit kann man wunderbar üben und an dem werde ich euch das jetzt zeigen hier ist praktisch das was ich euch eben gezeichnet sind die in schwarz vorgedruckt da könnt ihr natürlich in schwarz drauf malen rot also würde ich nicht nehmen ich würde so grundfarben entweder weiß oder schwarz nehmen in dem hier sieht ja schon den unterschied ist das praktischen rosa unterlegt so dass man auch in weiß praktisch malen wird kann sag ich mal was ich euch dann jetzt eben auch zeigen werde so und zwar nehme ich mir hier einfach mal dieses white dream auch eben von linie das kennt ihr ja schon von mir nehme mir hier meinen pinsel das ist natürlich für ganze ich weiß gar nicht ob der dafür reicht aber wir dann arbeitet man den pinsel quasi ein bisschen ein also bereitet ihn vor das praktisch vorne auf der spitze ihr seht ja hier dass das praktisch wie so eine tropfen form ist und dann zieht man das praktisch nach vorne hinweg machen wir jetzt mal teste best so jetzt muss ich mal gucken ich hole euch mal kann ich euch ein bisschen dichter bisschen dichter ran holen hier damit ihr das sehen könnt haben wir hier genug licht so hier fangen wir praktisch mal an ich gehe mal ein bisschen warte mal ich fokussiere das mal ein bisschen anders so dass ihr das praktisch aussehen könnt das heißt hier ist ja praktisch in weiß einmal vorgezeichnet dann nimmt man sich praktisch etwas von dem weiß dann setze ich den praktisch hier ab die form ist ja quasi vorgegeben und zieht das nach unten praktisch hin nur weg und lasst dann quasi los hier nochmal da kann dann praktisch um jetzt so einen tropfen zu machen setzt man oben den punkt quasi ab ich hoffe ihr könnt das sehen und zieht den nach unten weg kügelchen machen und nach unten vorsichtig wegziehen also diese dinge seht ihr ja so ich mache das jetzt mal in umgedrehter reihenfolge so dass ihr das hoffentlich hier sehen könnt und zwar von unten nach oben könnt ihr das sehen ich muss immer gucken dass ich in der kamera bin dass ihr das hier auch sehen könnt ich mache das natürlich jetzt umgedrehter weise und zieht das praktisch nach oben hinweg so machen wir noch einen hier kann man praktisch das wirklich richtig schön üben so dann machen wir mal nehmen wir mal uns nochmal dieses motiv nochmal als beispiel und zwar das zweite hier mache ich praktisch erstmal die mitte zieht das nach unten hin weg ich kann sogar sein dass dieser pinsel hier ein bisschen zu fein ist nehme ich mal meine andere linke hand und mache das mit links ich weiß dass das einige nicht können ich bin da genetisch das wisst ihr ja noch gar nicht etwas anders ausgestattet weil ich von geburt an eigentlich linkshänder bin bin aber umerzogen das heißt ich habe den großen vorteil dass ich mit links und rechts malen kann ich kann zwar mit links nicht so schön schreiben aber ich kann mit links malen ich weiß dass das einigen natürlich sehr schwer fällt auch weil sie das immer die a hand nennen wenn man mit der hand auch modellieren soll und so weiter also ich sag mal das muss man natürlich ein bisschen üben aber jetzt um das hier euch zu zeigen ist das natürlich von vorteil weil ich das dann eben auch mit links machen kann und dann haben wir natürlich hier noch ich habe natürlich jetzt nur diese eine spitze die darf man natürlich dann nicht da darf man natürlich nicht so einen tropfen haben das ist ja eher so eine so eine wellenlinie wie ihr sehen könnt das heißt man setzt quasi hier an und geht dann praktisch einmal im kreis oder man setzt da an und macht dann praktisch eine kreisbewegung ich glaube ich brauche doch noch mal oder warte mal ich nehme mal die andere seite das ist und der ist mich ja ein bisschen länger nehmen wir mit den noch mal das ist ja dann längeres haar ist natürlich bei so feinen langlinien natürlich schöner als wenn man so einen kleinen hat also so einen kurzen mal gucken ob das damit besser geht das ist jetzt auch das erste mal dass ich mit diesen bögen quasi male das habe ich jetzt vorher noch nicht gemacht das habe ich heute natürlich auch schon den ganzen tag am computer gearbeitet das heißt ich habe jetzt schon nicht mehr ganz so eine ruhige hand ich mache das jetzt mal mit rechts in freie hand das heißt ich würde wahrscheinlich mit rechts würde ich praktisch erst den bogen machen muss ich erstmal den farbauftrag so und würde dann quasi so nach oben gehen der erste freihändige und hier so macht man es im grunde genommen dann weiter so und um euch jetzt das könnt ihr natürlich so lange probieren wie ihr das gerne möchtet bis ihr das praktisch die technik drauf hat die verschiedenen bögen zu machen wie man es am besten macht und dafür sind die optimal um das wirklich eben auch zu üben so jetzt nehmen wir uns nochmal die andere seite vor und jetzt zeige ich euch nochmal wie ihr das einfach entfernen könnt und zwar nehmt ihr einfach eine zelette ein bisschen cleaner und macht euch das wieder sauber so das war's und schon könnt ihr selbst wenn ihr euch mal vermalt hat wieder von vorne anfangen also ihr verwischt dadurch nichts wie gesagt ich würde euch abraten also jetzt rot oder irgendwelche solche farben praktisch zu nehmen auf den anderen bögen wie gesagt schwarz hier in dem weiß oder wenigstens helle farben rot hat doch manchmal oder blau dass es doch mal etwas praktisch farbe hinterlässt auf diesen speziell beschichteten papier ich habe es ja nicht noch nicht getestet aber wie gesagt ich möchte das auch nicht weil man ja hier dadurch auch immer wieder den vorteil hat dass man immer wieder drauf üben kann jetzt drehe ich das mal praktisch um und hier sind nämlich motive drauf wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt ich zum euch mal wieder ein bisschen weiter raus die ich möchte mal eben gucken dass ihr das hier mit dem licht besser sehen könnt aber ich glaube so ist das schon nicht schlecht ja genau so wie hier vielleicht unschwer erkennen könnt ist praktisch schon so eine art motive drauf die an hochzeit erinnern dieses jetzt hier oder das sind natürlich schon wunderbare motive die man dann nach malen kann wo man es mit üben kann hier praktisch noch mal in dunkler abgedruckt wo man dann eben auch mit schwarz oder so malen könnte oder mit einem anderen hellen pastellton deswegen sind die jetzt hier schon in rosa praktisch unterlegt und da machen wir jetzt einfach mal welches gefällt mir denn jetzt am besten also dieses hier finde ich eigentlich sehr schön weil das schön schlicht ist und dann werden wir das nämlich gleich mal an so einem tipp ausprobieren deswegen ja fangen wir jetzt am besten mal an und zwar würde ich sagen dass wir praktisch in der mitte anfangen ja auch würde ich sagen machen wir das einfach mal und zwar mache ich das dann wieder mit links damit ihr das besser sehen könnt male mir jetzt dieses praktisch hier aus einen etwas dickeren tropfen den ich mir dann hier runter ziehe das machen wir hier auch dann setze ich mir hier die punkte das könnt ihr natürlich auch mit dem dotting tool machen wenn ihr das lieber mögt damit kann man ja auch punkte machen wenn das einigen leichter fällt ist das natürlich überhaupt kein problem so dann sind ja hier praktisch an der seite noch was das heißt am rand des nagels absetzen runter ziehen absetzen könnt ihr das sehen ja muss ich gucken hier dass ich mich hier nicht noch vermahle runter ziehen absetzen runter ziehen ab setzen runter ziehen Absetzen, runterziehen Absetzen, runterziehen So, dann sind ja hier quasi jetzt noch so feine Linien Ich male jetzt mal hier über die Zahl quasi ja dann drüber Das heißt, das sind einfach nur gerade Linien Hier sind auch nochmal eine gerade Linie Das heißt, zwischen diesen Rautenblüten hier Und da auch Hier ist es auch nochmal so ein Punkt Hier an der Seite Pünktchen und Pünktchen Das ist ja jetzt auch kein schwieriges Motiv oder so Dann kann ich mir hier noch einen Strich ziehen Und so Habe ich jetzt irgendwo was vergessen? Ne, ich glaube nicht Und so würde das ja praktisch dann ausgehärtet aussehen Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob ihr nicht das hier meint Ich habe da nicht gemalt Mal gucken, ob man es Ob ich das mit dem Licht einfangen kann Seht ihr, ne? So, und dann würde ich mal sagen Wir nehmen dieses Motiv als Standard Und übertragen das jetzt praktisch einfach mal auf den Nagel Das hier ist natürlich jetzt ein bisschen größer als auf den Nagel Und da ich ja ein Schmucknagel Ich hatte jetzt hier schon mal so ein paar Experimente gemacht Ne, so würde ich das natürlich Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt Moment So, praktisch auch so ein Rautenmuster drauf Und Perlchen drauf Oben Dann habe ich in der Mitte praktisch hier nochmal Rauten ausgemalt Und um zu gucken, praktisch jetzt, was gefällt mir besser Hier habe ich auch nochmal eins gemacht Mit so einem Halbperlen dabei Das war auch in der Weddingbox dabei Und den, ähm Den Wraps praktisch oben drauf Mal gucken, dass ihr das auch seht Jetzt habe ich natürlich auch noch Vielleicht meine Ja, da habe ich euch ja letztes Mal gesagt Die sind zwar schon wieder ein bisschen ramponiert Aber das sind ja jetzt meine Blauen Glitzernägel, die ich jetzt im Moment habe Aber gut Das war praktisch nochmal schon mal so ein Muster Was ich praktisch gemacht hatte So, und dann würde ich sagen Das machen wir jetzt mal wieder sauber da Weil das, ähm Motiv, das sehe ich ja auch so, was ich malen will Nicht, dass ich mir das nachher wieder zurechtschmiere hier So, das mache ich eigentlich wieder sauber Ihr seht, und dann ist das auch weg Ich nehme mir jetzt hier Und dann nehme ich mir als Untergrund Damit ihr das auch besser seht Ähm, ich hatte mir hier in der Weddingbox Kann ich euch zeigen Wenn ich da sowieso schon mal bei bin Was da quasi alles drin ist Das heißt, dieser Nählartbogen Mit beiden Seiten ist dabei Dann sind da Eins, zwei, drei, drei Ne, vier Farben sind dabei Nämlich auch einmal so ein Weiß Was ich aber ja sowieso schon habe Und diese drei Farben Dann sind hier einmal die Halbperlen praktisch dabei Die haben einen wunderschönen Schimmer Gucken, ob die Kamera das einfängt Ich gehe mal ein bisschen dichter ran hier Könnt ihr das sehen? Ja, ne? So, das ist praktisch dabei Dann sind hier nochmal Ja, so Glitzersteinchen Aber die sind jetzt nicht so hochbrillant Sag ich jetzt mal Wie die aus der Steinchenbox Sondern sie sind etwas abgemildert Zeige ich euch nämlich nachher nochmal Also sie haben auch Etwas Glitzeranteil mit drin Aber sind etwas Ja, matt will ich jetzt nicht sagen Aber ja doch Könnte man eigentlich schon fast sagen Und dann ist dieses Wild Pearl Pigment noch mit da drin Und damit kann man Und dann praktisch auch nochmal Helle Farben So einen richtig schönen Schimmer oben Ja gut, wer Pigmente kennt Weiß das Das hat so einen Ja, so einen richtigen Perlglanz Schimmer Also optimal eigentlich Für Weihnacht Äh, für Weihnachtsnägel Sag ich schon Hochzeitsnägel So, das ist da mit drin Die drei Farben Ja, die will ich euch auch nochmal eben zeigen Wenn wir da sowieso schon mal dabei sind Einmal ist das hier die Farbe Bridesmaid Die werden wir jetzt auch hier gleich für nehmen Weil dann können wir das farblich auch sehr schön sehen Dann die Farbe Yes I Do Die hat Ein so einen ganz leichten Ich weiß gar nicht Fängt die Kamera das ein Ich weiß nicht Ich hoffe nachher Wenn ich das Bild in groß sehe Das ist praktisch Ja, hat auch so einen Perlmutt Glanz Ein bisschen Gold mit drin Ein bisschen rosa mit drin Also so Ja, optimal eben für Hochzeitsnägel Das ist das Yes I Do So Dann gibt es noch das Forever Das hat im Gegensatz dazu Damit ihr den Unterschied seht Das hier ist mit noch mehr Rosé und Goldanteil praktisch drin Das hat noch mehr Perlglanz Schimmer drin Könnt ihr das sehen? Ja, ne? Ich will das hoffen, dass die Kamera das einfängt Nochmal so als Vergleich So Wir werden aber jetzt für den Nagel So, jetzt habe ich euch das gezeigt Und ich bin auch der Meinung, das war das Ich hoffe, ich zertue mich jetzt nicht Aber ich glaube, das ist das, was in der Box mit drin ist Genau So Wir werden jetzt mal Den werde ich mir mal eben, weil ich da mir den Finger drauf rumgepatscht hat Das will ich natürlich nicht Den mache ich mir einmal kurz ein bisschen sauber Den Tipp So Denn können wir einmal Wo habe ich ihn? Machen wir einmal Für die Power, weil das natürlich jetzt eine super glatte Oberfläche hat Mache ich mir einmal etwas Ultrapond drauf Ganz dünn Ganz dünn Das reicht Kann ein bisschen trocknen Dann brauchen wir da gar nicht So, das lasse ich einen kleinen Moment trocknen Dann bereite ich das vor Und dann bin ich gleich wieder bei euch So, da bin ich wieder Ich habe mir mal meinen Glitzerpinsel Das heißt, ich habe zwei verschiedene Pinsel Einmal für normale Farben Ich habe auch noch mehr Pinsel da Aber meistens benutze ich einen für eben Farben, wo, sag ich mal, kein Glitzer mit drin ist Überall wo ein bisschen Glimmer und Glitzer drin ist, habe ich meinen anderen Pinsel Das solltet ihr euch auch angewöhnen Nur so als Tipp Weil sonst diese Glitzer kriegt man nämlich nie hundertprozentig raus Und dann habt ihr auf einmal, was weiß ich, ein helles Rosa Und habt ihr auf einmal irgendwelchen Glitzer drin Weil Glimmer und Glitzer gehört zusammen Und neutrale Farben bzw. ohne gehört auch zusammen So, wir tragen uns das jetzt quasi mal auf Dann nimmt das erstmal ganz dünn Die ist auch zwar cremig von der Konsistenz her, wenn ihr das sehen könnt Aber nicht so extrem flüssig, sag ich mal Wie man es jetzt von den Malfarben her kennt Obwohl man hiermit sicherlich auch mit einem kleinen Trick auch mit malen könnte Aber das kann ich euch ein anderes Mal zeigen So, es zieht sich aber auch trotzdem wunderbar glatt Wie ihr ja praktisch auch sehen könnt So Zieh mir das hier nochmal praktisch nochmal ein bisschen einmal rüber Ich sehe jetzt auch auf den weißen Tipp Das heißt, ich brauche auch gar keine zweite deckende Schicht davon machen Sondern das deckt in einem Auftrag Trotzdem, also ist trotzdem hoch pigmentiert Natürlich jetzt nicht, dass ich da Streifen drinne habe Deswegen gucke ich nämlich Ich weiß, das ist zwar jetzt hier nur ein Vorführeffekt Aber trotzdem soll das ja schön aussehen So Zack, zack, zack Kann er sich noch einen Moment setzen Mache ich mir den Pinsel, streife ich mir eben schon einmal ab So Und dann kann der nämlich mal eben in die Lampe So Machen wir mal 60 Sekunden rein Dann mache ich mir den nochmal eben kurz sauber In dem Fall mache ich es nicht mit Cleaner, sondern mit Nagellackentferner Das habe ich nämlich festgestellt Geht etwas besser Weil er die Farbe einfach besser rausholt hier So Hier nochmal mit nachwischen Und zwischendurch hatte ich euch ja Guckt euch sonst auch Das andere Video Kann ich euch aber auch sonst nochmal verlinken Für alle, die im Grunde genommen neu sind Zwischendurch gedeiht Gebt euren Pinseln bitte immer ein bisschen Pflege Auch wenn ihr eben viel gerade bei den Farbpinseln Ob das die Gelauftragpinsel praktisch sind Je nachdem was ihr habt Müsst ihr ihn zwischendurch Weil ihr wenn ihr mit Cleaner sauber macht Oder Nagellackentferner sauber macht Brauchen die trotzdem auch mal ein bisschen Pflege zwischendurch Und zwar mit ganz normalem Nagelöl Dazu habe ich aber wie gesagt auch schon mal ein Video gemacht Beziehungsweise den Tipp dafür abgegeben Und jeder macht das ja auch anders Aber ich mache es so Deswegen ich zeige euch ja hier praktisch so wie ich es mache So das machen wir jetzt mal zu Inzwischen ist der Auch fertig Das heißt wir versiegeln ihn jetzt Das können wir machen Ja welchen nehmen wir denn da? Welchen Versiegler? Ich habe ja nicht nur einen da Ach ich nehme jetzt nochmal den hier Den nehme ich eigentlich ganz gerne Der ist auch ohne Schwitzschicht Ist aber nicht extrem flüssig Es gibt ja auch welche die extrem flüssig sind Dieser hier ist auch gut für Pigmente Habe ich festgestellt geeignet Das muss man ja dann immer alles mal ein bisschen austesten Den hatte ich vorgestellt jetzt nicht Ich hatte mir den damals mal spaßeshalber aus dem Ebay Shop mitbestellt Und war sowas von angenehm überrascht Also ich kann den wirklich nur empfehlen Er zieht sich wunderbar Glatt auch Ist auch nicht wie gesagt so extrem dünnflüssig Gerade wenn man wirklich Nail Art oder so drauf hat Kann ich den wirklich nur empfehlen Das ist der UV Finish Glanzgel klar Und den hatte ich mir mitbestellt bei Wie heißt der Nail Art Shop? Ach ich gucke da am besten nochmal nach Sonst verlinke ich euch den nochmal mit So den lasse ich nochmal eben kurz aushärten Und dann werden wir jetzt quasi gleich Dieses Motiv wie gesagt auf den Nagel versuchen zu übertragen Was heißt wir? Ich werde das machen Ich lasse das nochmal eben aushärten Und dann bin ich gleich wieder bei euch So jetzt geht das los Ich muss mal eben gucken Ob wir das genau Ich stelle das mal Wie machen wir das am besten Damit ihr das auch seht Ich weiß jetzt nicht Ich glaube ich muss euch dann nochmal Ein bisschen dichter ranholen hier So Ja ich hoffe Ihr könnt das sehen Oder mache ich das lieber mit links Ne ich glaube in dem Fall Weil das Muster hier ist Könnt ihr das so am besten sehen Nicht? Ja Mal gucken So das heißt wir malen jetzt praktisch erstmal In die Mitte des Nagels Dieses Rautenmuster hier Jetzt versuche ich mal die Mitte zu treffen Das heißt ich setze mir den ab Und ziehe den nach unten runter Jetzt muss ich natürlich selber ein bisschen gucken hier Absetzen Runterziehen Absetzen Runterziehen Hier habe ich natürlich ein bisschen gewackelt Und meine Brille habe ich auch nicht auf Aber dann bin ich immer verleitet Ich hoffe ich treffe die Linien hier einigermaßen Ich setze die jetzt mal zusammen Die sind ja ein bisschen auseinander Ne Ne Ich mache das Nochmal ab Nicht sehr Dürft ihr auch mit dabei sein Ich setze mal eben Dann kann ich das besser sehen Ich blindfisch Und setze meine berühmte Brille auf Seht es mir nach Weil dann kann ich einfach besser gucken So das heißt ich mache das jetzt nochmal Ich mache es mal mit links So damit ihr das auch sehen könnt Ich drehe mich jetzt einfach mal so ein bisschen schräge Damit ihr das auch Ja genau So jetzt mache ich mir das hier Das ist nämlich mit Filmen und Dings Gar nicht so einfach Ich mache mir das mal hier oben Setze ich das jetzt ab Ziehe das nach unten runter Ich setze ab Und ziehe das nach unten runter Siehst du Ich kann das sogar mit links besser als mit rechts Da haben wir es wieder Ich hoffe ihr könnt das sehen Setze ich ab Und ziehe das gerade runter Dann machen wir das hier unten nochmal Ich stelle mir mal so ein bisschen so Guckt er das nochmal Warte mal hier kann er das besser Seht ihr das vielleicht besser Ich drehe mir den Tipp mal sehen Ob ich das auch so hinkriege Das heißt Das könnte bestimmt viel sein Was ich da aufgenommen habe Mal gucken Absetzen Und nach unten ziehen Ja Und dann machen wir das Absetzen Und nach unten ziehen Absetzen Und nach unten ziehen Das sieht doch gut aus Sehr schön Dann haben wir ja hier praktisch am Rand Das hat das noch ein bisschen gehabt Das heißt Ich setze das hier ab Und ziehe nach unten weg Setze das ab Ziehe das nach unten weg Auf der anderen Seite machen wir es auch Absetzen Ziehen Ziehen Jetzt habe ich mir den Farbtopp natürlich da hingestellt Dann muss ich immer in die Kamera greifen Damit ihr das da auch seht Was ich da male Dann setze ich das hier ab Und ziehe das nach unten runter Jetzt habe ich es natürlich ein bisschen schräge gemacht Das sollte ja So Dann machen wir das eben ein bisschen länger Oh Mann, oh Mann, oh Mann Und das alles über Krupp hier So Und hier ist es ja praktisch das gleiche Mal gucken was da draus wird Und auf der anderen Seite Absetzen Ziehen Absetzen Ziehen Das ist nämlich ein bisschen besser geworden Hier auf der Seite Na ja gut So Jetzt setzen wir uns die Punkte Den habe ich glaube ich etwas Ich sehe gerade dass der Weil ich das so schräge gehalten habe Nicht ganz gerade geworden ist Das heißt Der sitzt gut Aber der Sitz mir nicht gut genug Das heißt Wir machen das nochmal neu So Jetzt gucke ich aber mal wirklich Dass ich die Mitte treffe Absetzen Ziehen Absetzen Ziehen Absetzen Ziehen Jetzt läuft das natürlich schon wieder ein bisschen zusammen hier Vorführeffekt Und schief Das kommt weil ich das Leute ich muss das mir eben so angucken Dass ich das sehe Dass das auch gerade ist hier Müsst ihr mich mal eben entschuldigen Ich muss mich mal eben konzentrieren hier Also ich glaube jetzt ist das aber ein bisschen gerade Könnt ihr sehen So Dann machen wir jetzt noch unsere Pünktchen Nämlich einen hier oben hin So Zwei kommen ja Das ist ein bisschen viel hier Zwei kommen ja direkt da runter Kriege ich ja von Krampf im Daumen hier So Dann Machen wir uns noch Da einen hin Und Da einen hin So Das ist zu dem Thema Hier drüber ist natürlich dann auch noch ein Punkt Da ist noch ein Punkt 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 So Dann nehme ich mir jetzt die andere Seite Meine Fische streiten sich schon wieder da Ausnahmsweise rennt mein Hund mal heute nicht durch die Gegend Das ist ja auch schon mal was So Und dann ziehen wir uns hier eine Linie Bei dem Nagel haben wir ja den Vorteil Dass wir ihn drehen können Da eine Linie So Und dann müssen wir ja quasi Hier zwischen nochmal machen Das ist So Dann sollen sich keine Tropfen bilden hier Haben wir hier noch eine Linie Da noch eine Linie Dann ist Ihr müsst bei dem Pinsel immer aufpassen Dass ich dann Wenn ihr lange Linie machen wollt Dass sich nicht unten so ein dicker Tropfen bildet Sonst könnt ihr nämlich keine feinen Linien ziehen So Und dann machen wir Hier auch noch eine Jawohl Dann wieder hier zum anderen Blatt quasi hin Also wie gesagt Das ist ja Das Motiv ist ja insgesamt praktisch ein bisschen kleiner Als da auf dem Aber Das hier hätte ich noch ein bisschen dichter an den Rand setzen können Sag ich jetzt mal Da kann ich sogar hier noch was ziehen Weil ich das ja ein bisschen weiter auf den Nagel Gucken ob ich das jetzt mit dem auch hin Dann vervollständige ich das jetzt einfach dahingehend Man kann ja auch seine eigene Fantasie ein bisschen mit einbringen Und dann ziehe ich mir das Hier auch noch mal ein bisschen Geht das Mache ich hier auch noch einen Punkt hin So So gefällt mir das schon ganz gut So würde das jetzt praktisch auch aushärten Ihr könnt natürlich noch so kleine Feinheiten Könnt ihr ja praktisch dennoch nacharbeiten Wenn euch das jetzt hier oben ein bisschen praktisch verlaufen ist Oder ihr härtet es einfach zwischendurch an Ich habe es ja jetzt zwischendurch nicht angehärtet Und das ist ja auch was das angeht Mein erster Versuch hier Aber trotzdem Fürs erste Mal Ist das doch schon nicht schlecht Ich hole euch mal ein bisschen dicht da ran So Würde ich das jetzt quasi aushärten Und das mache ich jetzt auch mal Und dann hole ich euch gleich noch mal zum Versiegeln praktisch dazu So da bin ich wieder Ich habe den gleich praktisch ausgehärtet Und dann jetzt eben auch noch mal versiegelt Ich habe jetzt auch weiter nichts mehr drauf gemacht Ich wollte euch mal versuchen Dass ihr das vielleicht auf dem schwarzen Ich weiß jetzt nicht Dass ihr das vielleicht ein bisschen Objektiver noch irgendwie jetzt hier sehen könnt Warte mal Ich gucke mal Ob ich Ne Das ist schon die dichteste Einstellung Das heißt Ich muss mit dem Schwarzen hier Damit das nicht so spiegelt Ich glaube So könnt ihr das am besten sehen Ich mache das jetzt mal so Damit man meine Dass es mit dem Blau nicht so verfälscht wird Gucken Ob wir das Ist doch schick geworden Ja Und sowas werden wir im Grunde genommen nochmal machen Und als nächstes werde ich Ein Verlosungsvideo machen Ein kurzes Weil die Abonnentenzahl jetzt fast erreicht ist Und die Bedingungen dafür und so weiter Werde ich euch auch im nächsten Video bekannt geben Und dann könnt ihr was Schönes gewinnen Und das zeige ich euch natürlich auch Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht Auch zum Nachmachen Wenn ihr noch Fragen zu den Nail Abbögen Oder ihr jetzt ein Motiv gesehen habt Wo ihr sagt Oh ja das würde ich gerne mal auf dem Nagel sehen Weil das eine was hier drauf ist Interessiert mich auch noch sehr schön Das ist eine sehr schöne Vorlage Mit den Rosen nehme ich Und den Ranken an der Seite mit den Schnörkeln Das sieht auf dem Nagel bestimmt auch ganz toll aus Das nächste Mal werde ich dann aber als noch eine andere Farbe nehmen Aber ihr seht wie schön diese Farbe hier schon aussieht Ganz dezent Mädchenhaft Passt wunderbar dazu Wie gesagt Ich bedanke mich bei euch Und bis zum nächsten Mal Eure Claudia Tschüss Tschüss